hi und herzlich willkommen zum business kung fu podcast mein name ist marco siebert und ich mache meine reise in den bereichen erfolg unternehmertum persönlichkeitsentwicklung zu deiner reise begleite mich und deine live aus meinen fehlern erfolgen und erkenntnissen um dein leben auf die überholspur zu bringen hi hi schön dass du wieder hergefunden hast hallo ist der marco und in der heutigen episode geht es diesmal nicht ums thema mindset das war die letzten episoden ja mehr so ein verstärktes thema ja aufgrund der aktuellen situation ja krise und so weiter und ich möchte ja nicht nur dass du ja dein mindset stärkst also deinen blick auf die dinge stück weit schärfst und achtsamkeit und vielleicht auch ein bisschen resilienz aufbaust also widerstandsfähigkeit sondern ich möchte ja auch immer mal so ein bisschen lösungen anbieten für bestimmte dinge viele menschen stehen jetzt im moment vor herausforderungen auch was so finanzielle natur angeht wissen nicht genau wie geht es in der firma weiter wie wird das in zukunft werden ist mein job sicher oder nicht ja wie schaut das mit den finanzen künftig aus und da möchte ich einfach mal ein paar vorschläge machen ein paar ideen liefern was interessante zeit business business angeht ja zeit business im prinzip halt so ein ja so neben gewerbe dass du dir theoretisch aufbauen könntest und ein paar side business business an die du vielleicht nicht gedacht hast bisher und die sich mit wenig aufwand sowohl zeitlich als auch finanziell relativ schnell realisieren lassen und die durchaus auch einen monatlichen betrag von bis zu 2000 euro abwerfen können ja ich nenne es bewusst zeit business ja weil du kannst es mit relativ wenig aufwand starten hast aber die möglichkeit ist auch irgendwann zum hauptbusiness auszubauen unter umständen vielleicht sogar sehr schnell und ich möchte da einfach mal so ein paar dinge die ich da recherchiert habe oder auch aus eigener erfahrung kenne mal hier als idee mit einbringen da hätten wir die nummer eins also ich habe insgesamt 20 punkte ja dass wir jetzt die nummer eins du könntest zum beispiel für andere menschen lebensläufe schreiben also auch bewerbungen schreiben ja viele menschen haben damit ganz ganz massive probleme und gerade in der zeit wo es ein umbruch stattfindet wo die menschen sich neu orientieren wollen oder müssen es sind gute lebensläufe das a und o ja jeder braucht einen lebenslauf und halt eine entsprechende gut aufgemachte bewerbung und einfach aus den mitbewerbern im wahrsten sinn des wortes hervorzustechen und wenn du das kannst wenn du damit schon erfahrungen gesammelt hast vielleicht hast du ja schon mal einiges an bewerbungen geschrieben dann wäre das eine gute möglichkeit das als ein kleines nebengewerbe anzufangen ja wenn du nicht genau weißt wie es geht es gibt 10.000 anleitungen dazu im internet wenn du dich da einfach mal ein bisschen rein kniest dann hast du innerhalb von wenigen wochen so viel wissen gesammelt dazu ja dass du durchaus diese dienste problemlos anbieten kannst für gutes geld zweiter punkt business pläne schreiben ja also auch ganz ähnlich für menschen die sich zum beispiel selbstständig machen möchten oder die zum beispiel einen kredit bei der bank benötigen entweder für eine selbstständigkeit oder ja wofür auch immer ja also wenn es um business um business geht dann brauchst du in der regel wenn du einen kreditgeber brauchst brauchst du einen business plan ja auch ist auch kein hexenwerk ist alles machbar wie gesagt gibt es auch im internet ganz viele anleitungen zu youtube ist dein freund ja ein bisschen reinarbeiten und dann kannst du mit business plan richtig richtig geld verdienen nächste wäre wenn du dich für fotografie interessierst zum beispiel tierfotograf ja fotograf an sich ist ja schon recht allgemein aber wenn du dich spezialisierst ja je spitzer du in den markt reingehst desto desto kleiner ist die nische in der du sitzt und desto mehr geld kannst du theoretisch nehmen ja das heißt zum beispiel kannst du sagen okay ich bin tierfotograf da kannst du dich spezialisieren auf zum beispiel haustiere und im bereich der haustiere könntest du wiederum sagen okay ich bin reiner hundefotograf ja wenn du dich mit fotografie auskennst dann hast du eine gute möglichkeit darüber richtig geld zu verdienen weil wo stecken menschen ihr meistes geld rein ja einmal in die eigenen kinder und in die haustiere ja also ja wobei ich manchmal schon eindruck habe dass manche menschen ihre haustiere teils ja besser behandeln als ihre kinder ja also sollte so nicht sein aber dinge gibt's ja reinigungsfirma warum öffnest du keine reinigungsfirma ja du kannst das mit wenig aufwand ist das gemacht das ist ein gewerbe das ist schnell angemeldet ja kostet quasi je nach landkreis oder stadt was ich zwischen 25 und 50 euro gewerbe anzumelden und dann kannst du direkt schon starten ja mit einer eigenen reinigungsfirma kannst speziell reinigung zum beispiel für firmen machen für also ich weiß von einem menschen der macht speziell zum beispiel reinigung in arztpraxen oder physiotherapie praxen weil gerade zum beispiel auch physiotherapeuten ärzte einfach keine zeit haben und auch keinen nerv dazu das selber zu machen oder zum beispiel wenn es nicht so in die medizinische richtung gehen soll weil gibt es ja auch spezielle auflagen ja was ich mache sie in spielotheken oder sowas ja die haben ja die halbe nacht offen und wenn du da keine ahnung drei uhr morgens wieder das nichts ausmacht kannst du auch da durchaus geld verdienen ja drei oder vier oder fünf ja also reinigungsfirma ist schnell aufgemacht und du kannst zum beispiel dann auch wenn du gewerbe angemeldet hast kannst du leute dafür anstellen ja entweder dass du sie auf einer aus vier fünfhundert euro also auf minijob basis anstellst ja oder aber dass du den leuten sagst okay du machst dann machst bitte dein eigenes gewerbe und du schreibst mir eine rechnung dafür ja das heißt du bietest die aufträge und die leute die putzen entsprechend dann dort reinigen und stellen dir dann halt eine rechnung aus über den vorher vereinbarten betrag ja dann bräuchtest du im prinzip dich auch nicht um die krankenkasse zu kümmern weil die leute sich ja dann selber versichern müssten ja oder kannst auch kombinieren miteinander nächste möglichkeit ebay flipping ja dinge auf ebay verkaufen ja flipping der begriff bedeutet ja eigentlich dass du dinge einkaufst und dann wieder verkaufst ja also zum beispiel guck doch mal wo du günstigen schnapp machen kannst zum beispiel auf entrümpelungen oder auf flohmärkten kannst du sehr günstig teilweise dinge einkaufen und was sich anbietet ist zum beispiel wenn es wieder wenn wieder die flohmärkte soweit am start sind dass du einfach ja mit dem smartphone da mal entlang gehst fotos machst von den entsprechenden artikeln und sofern du einigermaßen gute internetleitung hast auf deinem smartphone könntest du zum beispiel direkt auf ebay nachgucken wie viel aktuell vergleichbare artikel auf ebay bringen das heißt du kannst direkt vor ort am flohmarkt kannst dich umschauen was gibt es da interessantes und für was könnte man zumindest so anhaltspunktmäßig gucken für was könnte das weggehen ja und wenn dann die sachen günstig mitnehmen kannst und für ein zwei euro gewinn über ebay verkaufen kannst dann bist du permanent im plus dann geht es nur noch über die menge ja zum beispiel was gibt es noch ich hätte jetzt fast gesagt finanzberater aber das trifft es nicht ich nenne es mal einen ausgabencoach es gibt viele menschen die kommen mit ihren finanzen nicht richtig klar ja die sind nicht gut organisiert oder sie haben den überblick einfach nicht sie wissen nicht wie man ein haushaltsbuch führt das mit möglichst wenig aufwand und haben einfach ihre ausgaben und einnahmen nicht wirklich unter kontrolle ja da geht es jetzt gar nicht mal um so dinge wie irgendwie spielsucht oder kaufzwang oder sonstiges sondern es ist einfach so dass die menschen häufig einfach diesen überblick nicht richtig haben weil sie nicht organisiert sind wenn du damit gut klarkommst also wenn du eine gute organisation hast in solchen dingen ja dann bring doch anderen bei wie es geht also da kannst du richtig Geld mit verdienen auch so Punkt Nummer 8 werde Personal Trainer ja also Personal Trainer bringen einzelnen Menschen etwas im sportlichen Bereich bei ja also das kann Fitness sein das kann auch keine Ahnung wenn du dich mit Golf auskennst dann verbessere das Handicap anderer Leute ja indem du halt Golf Coach wirst oder ja also kannst du sagen speziell für Anfänger da geht es auch wieder darum dass du möglichst spitz in den Markt gehst ein paar Beispiele wären zum Beispiel Beispiele wären zum Beispiel ja speziell Personal Trainer für Frauen nach der Geburt ja viele Frauen wünschen sich wieder einen Körper wie vor der Schwangerschaft und das ist ein ganz großer Leidensdruck der da hinten dran steht und wenn du dafür speziell Personal Training anbietest und da vielleicht auch mal an eine Hebamme rantrittst und da ein bisschen Werbung machen kannst oder eine Geburtsvorbereitung ja da ein paar Flyer auslegen kannst was denkst du wie dir da die Bude eingerannt wird ja Personal Trainer speziell für Senioren wäre doch auch was Interessantes speziell für Senioren oder für Leute mit Menschen mit Handicap Menschen mit einer speziellen Art von Behinderung wenn du zum Beispiel selber eine Behinderung hast ja weiß ich nicht vielleicht Querschnittslähmung oder wie auch immer ja also wenn du dann trotzdem noch sportlich bist bring es anderen bei ja da hast du ein Alleinstellungsmerkmal andere Zielgruppe können zum Beispiel sein Diabetiker spezielles Personal Training für Diabetiker ja wenn du dich mit Diabetikern auskennst dann weißt du auch dass die ganz spezielle Bedürfnisse haben beziehungsweise spezielle Anforderungen haben ja wegen Insulinresistenz ja auch was was Ernährung etc. angeht und da kannst du ganz 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 viel machen wenn du quasi Personal Trainer in Verbindung vielleicht mit Ernährungscoaching machst speziell für Diabetiker ganz ganz spannende Sache ja weil Diabetiker kriegen immer im Prinzip von den Diabetologen auch aufgetragen sie müssten sich eigentlich mehr bewegen ja speziell in der in der Anfangszeit wo das auch noch geht wo die die Venen in den Füßen und so sich noch nicht so zugesetzt haben ja irgendwann geht es halt so weit dass man nur noch entlasten kann dass keine Wunden entstehen und um das zu verhindern wäre das eine perfekte Nische in die du einsteigen könntest oder sagen wir mal Personal Trainer der sich auf eine spezielle Art von Training spezialisiert zum Beispiel Personal Training sagen wir im Bereich Wassergymnastik ja das ist eine coole Sache du schnappst dir jemanden speziell für Übergewichtige wäre das zum Beispiel interessant machst ein Personal Training mit Übergewichtigen im Bereich Wassergymnastik weil das entlastet die Menschen das entlastet die Gelenke da können sie sich richtig bewegen ja und da auch mit einem Mini Ernährungscoaching dabei kannst du gewaltige Erfolge haben nächster Punkt Reiseplaner ja Reiseplaner viele Menschen haben spezielle Wünsche wo die Reise hingehen soll auf gut Deutsch wissen aber nicht genau wie sie es machen wollen oder machen sollen ja zum Beispiel Rucksack Tourismus ja viele Menschen würden gern mal was im Rucksack durch Asien reisen oder durch die USA ja mal die Route 66 oder mal quer durch Thailand und dann was ich nach Vietnam rüber dann nach Malaysia und Singapur und so weiter ja also mal drei Monate oder ein halbes Jahr Asien erleben wissen aber nicht worauf sie achten müssen dabei ja vielleicht kennst du dich damit aus oder speziell Reiseplaner für Outdoor Reisen ja also quasi Selbstverpfleger Survival Survival Kurse auch ganz groß ja wie gesagt speziell nach Ländern kannst du auch machen ja Leute die speziell in Australien ins Outback wollen gibt Leute die wollen das ja oder Mountainbiking auf Island kenne ich Leute die das gemacht haben ja also Island ist so winzig die sind ein paar Tagen sind die um die ganze Insel gefahren Mountainbike ja das will auch geplant werden speziell für Motorradtouren speziell für Radtouren ja mal mit dem Fahrrad durch die Mongolei oder so ja oder Motorrad in dem Fall natürlich Nummer 10 Pflegedienst du könntest einen eigenen Pflegedienst aufmachen und dafür Leute anstellen ja also zum Beispiel nicht medizinischen Pflegedienst oder ja doch ja nicht medizinischen Pflegedienst für Menschen die einfach Hilfe benötigen ja zum Beispiel ältere Menschen die einfach Probleme haben so Sachen wie Einkaufen oder mit mit Unterlagen für die Ämter oder die mit dem Geldautomaten nicht klarkommen oder wie auch immer ja Unterlagen ausfüllen ja oder mit technischen Dingen könntest zum Beispiel auch ein Coach werden für also ein Internet Coach werden für Senioren ja bring den bring älteren Menschen bei vielleicht bist du selber schon ein bisschen älter oder kennst jemanden ähm bring Menschen bei wie sie mit dem Internet klarkommen ja gerade mit der ganzen Shutdown Geschichte wo die Menschen kaum noch persönlichen Kontakt hatten zu ihren Verwandten und Bekannten ja bring doch den Menschen bei wie sie ja das das Internet nutzen wie sie Kontakt herstellen können weiterhin ja da habe ich schon wieder neue Idee im Prinzip ja bringen Leuten bei wie sie ähm äh zum Beispiel Fernunterricht machen können ja also kannst du Lehrern und und Dozenten beibringen wie sie zum Beispiel über Videokonferenz System wie zum Beispiel Zoom oder Microsoft Teams oder Skype ja wie sie darüber ähm Unterricht halten können ja ähm ja werde doch Rettungs- beziehungsweise Notfallsanitäter ja früher ist es Rettungs-Sanitäter ich glaube mittlerweile heißt Notfall-Sanitäter äh hatte ich auch schon im Auge gehabt einfach mal so als Weiterbildung und ähm ich war sehr erstaunt es gibt es als Blog-Unterricht und ähm kostet kaum Zeit das zu lernen ja es dauert drei Monate ja also da war glaube ich irgendwie Gefahrenabwehrzentrum irgendwo ähm da kannst du dich ausbilden lassen zum äh ich glaube mittlerweile heißt Notfall-Sanitäter das dauert drei Monate ja ja ein Monat ähm fünf Tage die Woche Schule ja also einen Monat lang also Theorie ein Monat lang ähm Praktikum im Krankenhaus und ein Monat lang Praktikum auf einer Rettungswache zack bist Notfall-Sanitäter ja und kannst dich auch weiterbilden zur später Rettungsassistent und so weiter also kannst in dem Bereich ja durchaus Fuß fassen dann wenn überhaupt benötigt ähm ähm bist du musikalisch werde Musiklehrer ja Musikunterricht für kannst du jetzt auch wieder sagen ja kannst spitzer in den Markt gehen entweder nach Instrument speziell also nur Schlagzeug nur Oboe nur Tuba was auch immer ja nur Gesang ähm oder du kannst auch wieder spitzer in den Markt gehen und sagst okay ich unterrichte nur Kinder ich unterrichte nur Frauen ich unterrichte ähm ja was weiß ich Senioren ja nur Anfänger äh nächste Möglichkeit Reparaturservice mach einen Reparaturservice auf was kannst du kannst du basteln irgendwas ja also kannst du irgendwie zum Beispiel alte Möbel reparieren kannst du Polster reparieren ähm kannst du Smartphones reparieren ja gibt es auch Möglichkeiten Smartphones und Tablets wenn du dich mit Elektronik gut auskennst PCs reparieren ähm ja Reparaturservice für Fahrräder auf jeden Fall oder für Motorräder zum Beispiel wenn du Motorradbastler bist ja du könntest auch äh zum Beispiel äh gebrauchte PCs ankaufen die nicht allzu alt sind könntest die aufbereiten und wieder verkaufen ja habe ich früher in dem Gewerbe auch gearbeitet da ging es dann speziell drum um ähm Computer Kassensysteme also wir haben damals palettenweise ähm äh ausgediente PCs aufgekauft ja was du dafür im Prinzip brauchst ist einfach brauchst ein bisschen Lagerplatz ja ein paar Regale brauchst entsprechendes Werkzeug dafür ja du wirst wahrscheinlich dann auch was Druckluftkompressor brauchen um die sauber zu machen auszublasen brauchst ein paar Reinigungsmittel die da passen und so weiter und so weiter und kannst dann je nach Bedarf zum Beispiel sagen okay günstige Office PCs mit keine Ahnung sechs Monate Garantie oder wie auch immer ähm ähm günstige Gaming PCs für Leute die gern Computer spielen möchten ja ist ja auch sonst ziemlich teure Angelegenheit aber wenn du mit Gebrauchtkomponenten arbeitest ist doch wunderbar ja sofern die halt gut funktionieren musst du natürlich dann natürlich immer mal testen funktioniert das alles musst du ja gut auskennen damit ja entsprechend damit du dann nicht auf die Nase fällst ähm Netzwerk einrichten du könntest Netzwerke einrichten entweder für Privatpersonen ja das Thema Heimnetzwerk und Cloud und Smart Home kommt ja auch immer mehr oh da habe ich eine neue Idee Smart Home Berater ja Smart Home Einrichter ja schon wieder noch einer mehr hier ja Smart Home ist eine ist eine Sache das ist die Zukunft und wir sind schon mittendrin ja also wenn du dir das aneignest und weißt wie man Smart Home einrichtet und auch was Smart Home Sicherheit angeht zum Beispiel ganz wichtiges Thema ja wenn du dann dein komplettes Haus schon ins Internet hängst dann wäre es ganz sinnvoll wenn du ja dich damit auskennst mit der Sicherheit kannst auch Smart Home Sicherheitsberater werden zum Beispiel noch mehr spezialisiert ähm ja wie gesagt Netzwerke kannst du erstellen zum Beispiel auch für Firmen ja kannst bei Firmen anfragen ja genau zwecks Datensicherung beispielsweise dass du dann Home also Heimserver Systeme einrichtest also im Prinzip dann eine Datensicherungssystem für Firmen einrichtest du könntest einen Deko Service starten ja was dekoriert werden muss zum Beispiel für Feste für Veranstaltungen für Vereine ähm ja für zu Hause wie auch immer ja also wenn du dich wenn du ein Händchen dafür hast für Dekoration dann mach doch das so wir sind jetzt bei Punkt Nummer 17 biete ein Entrümpelung Service an ja für viele Menschen ist das extrem aufwendig wenn zum Beispiel sagen wir die Großeltern sind gestorben oder die halt die Großmutter die noch die dann 95 geworden ist ja und die konnte nichts wegwerfen ja schon so oft erlebt biete einen Entrümpelung Service an ja und verkaufe dann guck ob du die Dinge dann zum Beispiel verkaufen kannst auf Flohmärkten auf Ebay und so weiter da hast du wieder dieses Flipping Service dabei ja Ebay Ebay Kleinanzeigen Flohmärkte also ganz viele Möglichkeiten ja und da haben sie schon einige Schätze gefunden bei Entrümpelung werde Nachhaltigkeits Coach ja wenn du zum Beispiel bist der ganz ganz viel Wert drauf legt alles zu Hause so nachhaltig wie möglich zu machen möglichst wenig Plastik möglichst wenig Müll erzeugen vom von Essen bis hin zu Verpackungen alles so nachhaltig und recycelbar wie es irgendwie geht du kennst dich vielleicht damit aus ja wie kannst du zum Beispiel noch mehr Wasser sparen ja also eine Wasserzisterne draußen anbringen ja also alles was sich so im Recycle und Ökologie Bereich machen lässt zu Hause ja also was kannst du dir auch selber ranziehen zum Beispiel auch Ernährungsmittel etc ja auf kleinstem Raum wie kannst du in einem Wohnblock mit 200 Wohneinheiten kleinen Balkon wie kannst du da zum Beispiel Tomaten ziehen ja oder irgendwas anderes werde Gartenberater ja zum Beispiel könntest du dich auf einem bestimmten Bereich spezialisieren du könntest wie man sich Kräuter ranzieht speziell Kräutergarten Berater oder Berater für Permakultur ja also im Prinzip ich weiß nicht ob ich Permakultur richtig verstanden habe also weil ich weiß es ist ein eigenes Ökosystem das man sich da anlegt ja also verschiedene Pflanzen die sich gegenseitig wie soll ich sagen ergänzen ja so könnte man es sagen also im Prinzip erzeugst du alles selber also das das bewirtschaftet sich quasi selbst könnte man so sagen ja also Permakultur ist ein ganz spannendes Thema und da gibt es riesen Trends zu mittlerweile ja also Permakultur Berater ja natürlich und dann auch kann man das auch verbinden mit sowas wie Insekten und Vogel ja wenn ja nichts ja dass du im Garten spezielle Bereiche speziell für Insekten und für Vögel machst ja also für Tiere ja oder auch für Igel oder sowas ja dass du dann die Leute einmal berätst ja was was brauchen welche Tiere ja zum Beispiel ja einer unserer Nachbarn der hat sich ein paar Disteln gesetzt und hat es ein Distelfink ja fast ausgestorben diese Vögel dann hat sich ein Distelfink niedergelassen und hat so einen kleinen Steingarten noch gemacht und hat zwei Eidechsen jetzt dort ja also du könntest Tier Lebensräume entwickeln für Gärten also ein bisschen mehr als so ein Insektenhotel dass du dir irgendwo in die Wand hängst sondern wirklich ja dass du guckst welche Tierarten könntest du damit anlocken ja so von der Hummel bis bis zur Eidechse alle Möglichkeiten viele Vögel und so weiter und so weiter ähm was haben wir noch ja gut wenn du zum Beispiel ähm ja ja für für Tierbedarf für exotische Tiere könntest du ähm Nahrung züchten ja im Sinne von zum Beispiel Mehlwürmer ja für Kleintiere also weiß ich für Hamster etc oder Regenwürmer züchten für Angler auch eine wunderbare Möglichkeit Du könntest Haustier Sitter werden ja also Gassige Service zum Beispiel anbieten oder halt auch ähm wenn Menschen ähm mal ja ich sag mal auf Geschäftsreise müssen zum Beispiel oder wir reisen im Urlaub dass du dich um deren Haustiere kümmerst hast du zu Hause Platz in der Garage oder im Garten so ein Hinterhof oder sowas ähm warum machst du keine kleine Gärtnerei oder sowas dort dann auf ja du ziehst bestimmte Pflanzen und diese und sobald die ein bisschen gewachsen sind äh dann verkaufst du sie ja zum Beispiel seltene Tomatenarten also alte alte Obst und Gemüsesorten zum Beispiel ja oder bestimmte Kräuter ähm ja oder bringe Leuten bei wie das geht ja wie sie es zu Hause selber züchten können kennst du dich zum Beispiel mit Pilzzucht aus ja also Champignons oder oder etwas in der Art ja wenn nicht lerne es das ist schon was sehr mhm ja ich sag mal was was sehr Spitzes im Markt das kann nicht wirklich jemand also gibt es gibt es ganz wenig Leute oder ganz wenig Hersteller die das wirklich können also es geht halt nicht darum dass du eine riesen Pilzfarbe aufbaust aber du hast einen Keller der sich vielleicht entsprechend dafür eignet ja ist der ist vielleicht sogar ein bisschen feucht ja das ist vielleicht gar nicht so verkehrt für ja entsprechend für die Zucht von Pilzen ja kann man sich anlesen was brauchen die denn für ein Klima und welche Pilzart bräuchte was und da gibt es durchaus die Möglichkeit dass du entweder selber welche züchtest und verkaufst oder dass du den Menschen beibringst wie sie das machen können ja ich weiß zum Beispiel ich war mal auf einer in na wie heißt in der Wetterau in Hessen gibt es eine große Pilzfarm die erstellen so ja so Heilpilze im Prinzip her ja diese dann gefriert trocknen und zu Pulver zermahlen und als Kapsel anbieten oder als Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und das war sehr spannend da haben wir schon Führungen habe ich da mitgemacht ja dass die Pilze werden aus einem speziellen Biosubstrat gezüchtet ja so oder kannst ja auch auf speziellen Hölzern züchten ja und je nachdem es muss ja kein Champion sein es gibt 1000 Arten von Pilzen ja wäre auch eine Möglichkeit ja ansonsten natürlich alle möglichen Online Bereiche ja du kannst Bücher schreiben oder schreiben lassen ja zum Beispiel Amazon Kindle ja der Kindle ist ja so ein elektronisches Buch Lesegerät sag ich mal und Kindle Bücher müssen nicht viel mehr haben als 30 40 50 Seiten vielleicht oder ich auch noch weniger kannst du selber schreiben oder du kannst es schreiben lassen ja kannst es outsourcen gibt es genug Webseiten über die du diese Dienste buchen kannst wie zum Beispiel machtdudas.de oder content.de oh Gott da gibt es so viele jetzt ganz ganz viele wo du outsourcen kannst bezahlst da halt pro ja pro Wort so und so viel Cent ja und kannst entsprechend dann Leute buchen die für zu bestimmten Themenbereichen dir was schreiben können ja und das kannst du dann auf Amazon hochladen da gibt es hunderte von Kursen du kannst dir das auf YouTube angucken wie sowas geht ja Amazon Kindle Kindle Kurs oder auf zum Beispiel Udemy diese Lernplattform da gibt es auch genug Kurse musst du mal gucken da sind die mal im Angebot kosten die 10 Euro so ein ganzer Kurs der über mehrere Stunden geht ja das sind doch schon mal eine ganze Latte an Möglichkeiten wie du dir ein Side Business aufbauen kannst das vielleicht wenn es dir Spaß macht irgendwann zu einem Hauptbusiness werden kann ja und denk immer auch daran dass du einen Großteil von den Dingen auch outsourcen kannst du musst das nicht selber machen du musst nur das Gewerbe betreiben ja und entsprechend die Leute haben die das dann für dich machen können ja und solange du im Prinzip im Plus bist kannst du immer weiter hochskalieren kannst immer mehr Leute dazu holen mit der Zeit okay so das waren jetzt mal so ein paar Ideen ja weil ich kenne das aus eigener Erfahrung dass man häufig das ja den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht ja und der Meinung ist okay jetzt geht gar nichts mehr weiter ich wüsste überhaupt nicht wie ich Geld verdienen soll mein Gehalt geht immer weiter runter im Moment wir haben Kurzarbeit ich weiß gar nicht ob der Job sicher ist ja dann wäre es jetzt an der Zeit einfach mal ein paar Gedanken zu machen vielleicht habe ich dir ja so ein paar Anhaltspunkte gegeben kannst zum Beispiel auch wenn du dich mit Programmierung auskennst kannst Apps entwickeln selbst dafür gibt es Kurse auf Udemy und auf anderen Plattformen YouTube kannst theoretisch alles lernen was du dir vorstellen kannst und kannst auch alles entweder unterrichten oder eben selber anwenden und das ist auch das was ich dir nahe legen möchte behalte deinen Blickwinkel ein bisschen offen dass du dir ja einfach mal Neugier auch bewahrst und es ist alles möglich du kannst mit allem Geld verdienen Stück für Stück kannst du dir ein eigenes Side-Business aufbauen ok ja ich hoffe ich konnte dir so ein paar Ideen liefern und ich wünsche dir eine wunderbare Woche wir hören uns im nächsten Podcast mach's gut ciao dein Marco vielen Dank dass du dir meinen Podcast angehört hast wenn dir die gefallen hat dann gib ihm noch bitte eine 5 Sterne Bewertung empfiehle ihn weiter und kommentiere ihn ich würde mich sehr freuen wenn du mir auf Instagram folgst wo meine exklusiven Business Kung Fu Community Facebook Gruppe beitrittst alle Infos findest du unten in den Shownotes mit 5 Farb 5 Farb è 1 3 5 3 5 11 15 Vielen Dank.